Liebste Lena, ich wünsche dir alles Gute zu deinem 22. Geburtstag, wo immer du auch sein magst. Ein neues Jahr, ohne zu wissen, wo du bist. So fern, so verschollen, wie ein achter Kontinent, den ich nicht erreichen kann. Lassen Sie mich doch wenigstens... Scheiße! Mein größter Traum war ja immer eine Weltreise, wie bei Jules Verne, in 80 Tagen um die Welt. Einmal auf jedem Kontinent sein, das möchte ich am liebsten mit dir gemeinsam erleben. Das klappt schon. Ich wollte eigentlich gar nicht herkommen, aber sie hat dir etwas hinterlassen. Hey, du kannst nicht einfach in mein Leben platzen und mir Mama's Tod vor die Füße knallen. Was denkst du dir eigentlich dabei? Die Amerikaner, sie travel every country in Europa in a week. Warum nicht travel the world in five weeks? Bis ganz bald, mein achter Kontinent.